Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich euch und ich werde jetzt noch eben ganz schnell gucken, ob es von Nummer 10 genutzt habe, eine neue Version gibt. Von den Version dürft ihr eigentlich alle haben und dann geht es danach auch direkt los und weiter mit Staffel 3 von American Strike Simulator. Auf Twitch. Vielleicht bis gleich. Tschüss.